ist mal gespannt was der drei schiffe auf einmal platt gemacht haben und die wartet am jagen gemeinsam vielleicht doch nicht der schnellste aber man kann sich ja mal ab und zu machen das ist jetzt bitte der hafen ist frei wir müssen hier weg bevor die verstärkung eintrifft wir sind fast soweit die schiffe werden beladen sie erwarten eure befehle was ist los stimmt etwas nicht abgesehen von den angriffen auf meine insel und dem kult nein aber wir müssen reden wie du wünschst der kult muss gestoppt werden in lakonien wird es gefährlich für uns werden das bin ich gewohnt wir beide hier weiß ich wie mich trauen kann und wem nicht das dachte ich auch von sparta doch die nachricht über den könig weiß was passiert schon welcher könig mit dem kult im bunde ist soweit wir wissen beide wir müssen sparta von dieser korruption befreien ganz egal wie ich stehe dir bei wir sollten uns auf paros konzentrieren wenn paros erledigt ist machen wir uns ans werk du hast recht triff mich wenn du bereit bist können wir nun ablegen wohin wir zerstören die flotte von paros ein für allemal nur dann ist naxos in sicherheit und wir können es verlassen bin bereit dann überlasse ich es dir mit deinem schild oder auf ihn jetzt erteilen wir dem kult eine lektion aber da hätten wir jetzt erst paros einnehmen müssen mal schiff holen warte ein bisschen gemeinsam vorgehen ja müssen wir eben haben wir einen neuen bogen ja ok neuer ist an der stapel weg gut ich habe mich gar nicht gekämpft wird zeit für eine andere waffe vernichte die schiffe von paros verabschiedet euch ach schneller oder rein volle segeln also geschwindigkeit gut dass uns das schiff hilft wir greifen erst die beiden da vorne an oder 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 bereit oder 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 position wir haben auch und es ist einfach es ist ein Los, schneller! Kapitel, wir nehmen! Feine bereit! Schützen! Die Röntgen sind offen. Schützen, auf Position! Die Röntgen sind auf Röntgen! Feine los! Da versenken wir erstmal die, bevor wir sich hier herstellen. Okay, die kämpfen dann mit dem. Da hat er recht. So gut sieht das gar nicht aus. Oh, oh. Nein. Oh, die haben uns geräumt. Mist. Ja, letzter Speich. Oh Gott, wie weit hinten ist das? Es gab einen Autosave. Hm, da haben die uns geräumt. Gut. Aber das andere Schiff da gemacht hat in der Zwischenzeit, wo wir mit denen gekämpft haben, wohl sie auch nicht. Gut. Hoffentlich müssen wir nur da hinten segeln. Ja, okay. Gut. Alle an Bord. Kapitel, du bist zurück. Bruder, aus hin. Die setzen ich aber auch nochmal in Bewegung, oder? Dann hole ich mir erst das Schiff ganz, ganz außen. Und lasse die anderen mich sehen. Oder ich lock das weg. Was machen die eigentlich da, ey? So weit hinten. Ah, das ist uns sogar bereich für eine Reichweite. Oh, wir brennen. Oh, wir brennen. Oh, jetzt drehen wir... werden wir erstmal gemütlich und machen die weg. Entern. Das wird, glaube ich, zu lange dauern. Wir müssen dem einen Schiff ja da helfen. Ja, voller Kraft. Und... Eins weniger. Und wir regenerieren uns. Schützen! Schießt! Wir zeigen ihnen, wozu wir stehen! Wir brauchen Feuer! Schwer! Wir müssen der Kollege rausreißen! Ich brauche Schützen! Mehr Feuer! Läller! Jetzt die Schwerer! Mehr Ruder! Schießen! Vorwärts! Vorwärts! Entrieb! Fetz! Bereitheit! Hier! Ein Volltreffer! Das ist völlig abboniert, Kapitän! Deck dir ein! Los! Jawohl! Oh, den Mann war auch weg! Entern? Die entern! Wir stürmen jetzt das Schiff! Auf mein Zeichen! Oh oh! ... ... ... ... ... ... Finisher. Ey. Was wird das hier eigentlich? So. Du greifst mich nicht mehr an. Du greifst mich auch nicht mehr an. Ah, sehr gut. Ah, Finisher. Oh, die nehmen wir uns. Und die hier. So. Und jetzt seid ihr wohl versenkt. Du sitzt auf meinem Schiff. Jetzt nicht mehr. Wir segeln ja schon los. Ein großes noch und ein kleines Schiff. Machen wir erst das kleine Schiff. Oder ins Wasser. Ich hoffe, die haben jetzt überhaupt was gemacht in der Zeit. Schiff. 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 Es geht nicht schneller. Auf geht's! Los, schneller! Der letzte Fernwand halt eben so. Genau. Oh, schnell, schnell, schnell! Oh, das hat... Das hat sehr viel Schaden gemacht. Ich dachte, wir haben hier noch ein anderes Schiff, was uns hilft. Sie werden uns treffen! Schießt! Wir müssen erneut schießen! Mach schneller! Segel, setz dich! Wir müssen mal irgendein ganz kurz das Schiff erneuern lassen. Ich hab aber gedacht, dass wir irgendwie irgendwo mal Hilfe kriegen. Offenbar nicht. Segel hoch, los! Schnell weg! Schnell weg! Schnell weg! Oh! Los! Ein Kampfkollektionsgefahr! Kapitän! Dann nicht. Der macht ziemlich viel Schaden, der Kultist oder das Kultistenschiff. Sehr, sehr viel. Na gut, alle guten Dinge sind ja wie bekanntlich drei. Vielleicht schaffen wir es jetzt.